Der Sobietrude, der mein Sassenstopp ist telefoniert, oder wer? Sogar zufällig. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Konnten Sie schon mit der Polizei sprechen? Ich hab dem Herrn Kommissar das Verbrechen geschildert. Und, was sagt er? Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich jemand der Sache annehmen kann. Wie meinen Sie das, um Stunden? Die Wache befindet sich gleich im nächsten Ort. Aber wie Sie wissen, ist er ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen geduldig sein. Sobald der Kommissar seinen aktuellen Fall gelöst hat, wird er sich gleich um Ihren kümmern. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sie hören von mir, sobald es Neues in der Sache gibt. Das heißt, wir üben uns ein bisschen Geduld. Mir ist da was aufgefallen. Immer raus damit. Die Tür dort wurde schon länger nicht mehr geöffnet, oder? Das ist die Tür zum Keller. Da hatte mein Bruder sich sein kleines Reich eingerichtet. Seitdem er das Weite gesucht hat, hat sich niemand mehr für die Tür interessiert. Er hat den Schlüssel einfach mitgenommen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Besser, wegen des Seilbohrn geht doch nix. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Lenny, wie schaut denn aus? Hier, mit diesem Sternentagebuch stehe ich in Kontakt mit meiner Heimatwelt. Eintrag. Habe soeben das Menschenkind Lenny getroffen. Sie ist Hüterin eines Geheimnisses. Ist das wirklich ein Sternentagebuch? Darf ich auch mal? Gern. Hier spricht Lenny vom Planeten Erde. Mein Onkel hatte ein Geheimversteck unter der losen Diele in Zimmer 3. Zimmer 3? Zimmer 3? Da wohne ich doch. Zimmer 3 war früher das Zimmer von meinem Onkel Heinz. Und wo ist dein Onkel jetzt? Meine Mama sagt, er lebt jetzt auf dem Planeten Nichtsnutz. Der Planet Nichtsnutz? Besser, Zimmer 3. Hör ich doch. Und die Rede war von einer losen Diele. Die du, ha? Oder drunter. Aha. Oh. Hier ist tatsächlich ein Versteck. Lauter nutzloser Plunder. Und eine fast leere Flasche Schnaps. Ich nehme nur den Schnaps. Bolzenschuss. Der Schnaps Bolzenschuss. Aha. Der schießt das hinweg. Also Krempel habe ich genug. Mit den Krempeln müssen wir gerade noch was anfangen. Also somit auf, ich brauche einen Kuh. Schöfin. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Gibt es in diesem Nest eigentlich keinen einzigen Polizisten? Nest? Na hören Sie mal. Der Kommissar ist für den ganzen Landkreis zuständig. Und hier in Trüberbrook ist das letzte Mal vor 15 Jahren was passiert. Da war ein Hund entlaufen, wenn ich mich recht entsinne. Wollen Sie die Geschichte hören? Eine Geschichte? Doppelnein. Halten Sie mich einfach auf dem Laufenden. Natürlich, Herr Dr. Tenhauser. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. So, dann müssen wir gehen an die frische Luft. Mal schauen, was da geht. Geht das, Walter? Wie schaut denn aus? Guten Morgen. Braucht ein Bolzenschuss? Ach, schon gut. Hilarius, der Unberatene. Maggraf von Trüberbrook. Bezwinger des Drachen. Retter von Trüberbrook. Im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Der legendäre Hilarius. Und der dampft, oder wie? Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen. Sieht immer noch stabil aus. Ich will den Leuten hier nicht ihre Kunst verhängen. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine... Besser, mit den Kibik geht nix. Gehen wir doch zurück. So, der Fuchs sitzt da mal schön am Tag. Kommt nicht rauf. Die Katze schon wieder. Ich glaube, dafür ist sie gerade nicht in Stimmung. Ein schöner, gesunder Baum. Acer Pseudoplatanus. Der Bergahorn. Ich suche mir jetzt hier ab, gell. Ich bin gerade nur so bass. In den meisten Fällen tue ich das. Stichwort Auswilderung. Aber in der Dose kann ich den Thunfisch nicht aussetzen. Der Thunfisch. Ja, kann ich denn. Auswilderung kann ich nix. Was ist denn, Dave? Bumm, ich lebe mich zurück. Zurück zu Gretchen. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbius Palast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Der Tisch. Können wir in die Richtung, oder wir? Was ist das? Der Tisch wackelt nicht mehr? Oh, ich danke Ihnen sehr. Ich konnte schon an gar nichts anderes mehr denken, als an diese verflixte Wackelei. Und doch, Homer. Danke. Aber dieser ordinäre Tisch hat Ihre schöne Tischdecke nicht verdient. Guten Morgen. Der Herr? Geht es Ihnen besser? Geht es Ihnen besser, jetzt, wo Ihr Tisch nicht mehr wackelt? Ach, danke der Nachfrage. Aber Freude? Was soll das sein? Freude empfinde ich, seit Klaus verschwunden ist, kaum noch im Leben. Wer ist Klaus? Klaus, mein Kater. Ein Engel von einem Tier. Er ist der Einzige, der immer zu mir gehalten hat. Aber jetzt ist er spurlos verschwunden. Alles in dieser Welt geht dem Bach hinunter. Das sage ich Ihnen. Haben Sie ihm zu viel gejammert? Ich weiß es nicht. Klaus war ein treuer Kater und stand mir immer zur Seite. Dann ist er einfach spurlos verschwunden. Man kann sich in dieser Welt einfach auf nichts verlassen. Das sage ich Ihnen. Es ist einfach schrecklich. Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Die Neuigkeiten von Klaus. Ich empfehle mich. Worte vielleicht, dass ich die Kotz fangen muss? Beziehungsweise den Fuchs. Also da hinten geht nichts mehr. Und da möchte ich vielleicht noch ein Tischstück, oder wie? Die Bierfessel sind fertig. Gretchen. Jetzt komme ich mal zu dir. Beppi schaut nass. Hi. Hey. Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern. Kommt mir aber länger vor. Und erst der Nahverkehr. Service Wüste Deutschland. Typisch. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren. Und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett. Aber schon auch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ich wurde eigentlich ganz freundlich aufgenommen. Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo genau? Woodinville, Washington. Hm. Nie gehört. Hier kommt aus Washington. Was größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal langgekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Ja, eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da. Aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten. Boston, Waterville bis rauf zum Moosehead Lake. Mount Katarine und so weiter. Dann durch Kanada und den Mittleren Westen. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. Immer weiter und weiter. Dann Washington State. Da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein. Studiert habe ich an der Ostküste. An der Cornell, Ithaca. Bei Dr. Schrödinger. Sagt er dir was? Ah. Na klar. Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein. Eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen. Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinn Spital genommen. Interessant. Aha. So, so. Ein Zufallsgewinn. Passiert mal in meinem Lotto. Hi. Hey. Hey. Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann ich der Hellste gewesen sein? Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Wegen der Seilbahn. Gehen wir zurück. Und da willst du echt hochfahren? Hast du etwa Angst? Was wir da finden, könnte für das Anthropologische Institut von großer Bedeutung sein. Komm schon. Und die Seilbahn sieht doch ganz stabil aus. Hm, okay. Ich überlege mir was. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Äh. Nein, danke. Das war's auch schon. Also, tschüss dann. Tschüss. Bis gleich. Ja, bis gleich. Kann man denn irgendwas richten, doch? Schaut mir nix aus. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Noch mehr Hirnschäden? Mit dem Masse-Stopp. Halt mir nix da. Das funktioniert so nicht. Warum nicht? Hm. Verschlossen. Scheiße. Unverschlossen. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ein Aussichtspunkt weiter oben in Orts. Kann ich den? Also, boom. Da geht noch nix. Das heißt, wir müssen nochmal oben. Du, warte mal. Lenny. Weißt du noch was? Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Verschlossen. Hey, mein Sasse-Stopp. Das geht doch. Entschuldige. War keine Absicht. Und damit steht im Fernseher. Entschuldige. War keine Absicht. Ziemlich viele Angeln haben sie da. Die können sie gerne ausleihen. Aber nur gegen einen Pfand. Die Dinger verschwinden sonst immer. Verstehe. Gegen Pfand. Der Sommer kennt er dir, oder wie? Oh, äh, danke. Für mich? Nehmen Sie, äh, ein solches Gerät auch als Pfand für die Angel? Ja. Den können Sie gerne hier lassen. Vibrator gegen Angel. Praktisch. Ja. Das klingt nach einem guten Geschäft. Entschuldige. Sie wissen ja, wiedersehen macht Freude. Aber dritte, wenn ich bitten darf, nicht in mein Bett, gell. Pass auf. Angel. Mit der Angel? Ich finde es funktioniert nur mit dem Feuer. Warte mal. Ich weiß, dass man nicht wirklich sieht. Ich weiß, dass du sicher bist. da könnte etwas oder gute idee aber ich brauche einen köder stichwort auswilderung aber in der dose kann ich den thunfisch nicht aussetzen jetzt ist er da drum oder wir federweich ich komme nicht nahe genug an sie heran wir wissen dass katzen gerne klettern nun sind ihre körper nur zum klettern in eine richtung gemacht nämlich nach oben jedenfalls bei wali habe ich eine große rote katze auf einem baum entdeckt bei der es sich bei näherer betrachtung womöglich genauso gut um einen fuchs handeln könnte es könnte hilfe von nöten sein ich versuche die katze im baum mit einem lockruf zum herunterklettern zu bewegen miao miao bringt es was nichts passiert hier nücke stichwort auswilderung aber in der dose kann ich den thunfisch nicht aussetzen gute idee aber ich brauche einen köder ein schöner gesunde asap was haben wir da röhricht jetzt habe ich da das schilfrohr damit dann muss ich ein bisschen probieren wobei mit dem stecker schlug ihn rüber ich schliss noch was ich und lieber gut hm der fuchs miaut ja toll denn fuchs mit dem schnapps und mit dem käsisch wie sowas geschossen gibt n sowas stichwort auswilderung und